Das war jetzt so nicht abgesprochen, aber wir hatten gestern in der Taverne einen kleinen Zweiggespräch wegen einer Frau und da wurde gefordert, einfach seinen Mut zu platzieren, zu zeigen, er hat weggezogen, der hat die Lande bewegt. Ja, wir schauen, dass die Lande jetzt hoch ist, ich hoffe, dass der nicht umgefallen wird. Politiker, ihr seid doch gar nicht betroffen dabei. Ich bin viel mutiger als der. Ich bin viel mutiger. Ich bin viel mutiger. Ich stelle euch genau da hin. Guck mal, was hoch ist, wer ein Mutiger ist. Guck mal, guck mal, warum kommt. Ja. Das ist sehr cool. Ja. Gehen die Hosen, Maur. Oh, wo ist diese Hosen? Sie werden, hier oben. Was geht. Wir spielen für uns. Guck mal, Zeit. Hat das jetzt raus, jetzt rausgetragen? Ach, das geht. Wie wahrscheinlich. Alle achten, wir achten richtig, Herr Henkel. Ihr wollt jetzt eure Ehre beteiligen. Ja, er hat es gleich. Er hat es auch den Gefallen. Ich spiel. Herr Baume, das ist nur ein Juni-Kreater. Ich spiel. Ihr habt das Feuer heute. Komm. Geh euch! Komm! Geh! 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 Oh, Mensch! Was? Hahahaha! 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 Alter! Die machen das Ding! Was? Was sieht aus? Wer geht? Gachte was? Die machen das mit runter? Dast senkt die auf meine Nacktenfüße. Mal zu! Und wer geht zu dir? Ja, ich glaube, ich habe viele Leute gehört.